Hallo YouTube! Schöne wieder, das heißt eine feine Freude am 17.2021. Düse Nummer 23. Und dann morgen kommt die letzte Düse 24. So sieht's aus. Danke. Hast du sehr gut anmoderiert. Du warst da bin ich selber. Es macht immer wieder eine Freude, ja. Der Luca guckt in die Richtung, weil da steht noch ein Monitor. Und auf diesem Monitor ist diese Cam abgebildet. Das heißt ihr seht uns da auch nochmal. So wie gestern. Ich hab vorher nicht dran gedacht. Ne, lass hier ruhig an. Weil wir wollen ja jetzt gleich ausstarten. Richtig? Genau, wir machen die auch schon mal an. Super. Und? Gehst du flitzen? Holst du die Nummer 23 aus unserem Adventskalender? Sehr schön. Nicht machen, das tut weh in den Ohren. Das tut mir ja schon weh. So, ich hole mal unseren Schnepper hier runter. Da ist er. Unser kleiner Porsche. Ne? Die Junior 108. Diese Junior 108. Genau so sieht's aus. Okay, ich greif mal hier zur Seite, denn wir brauchen unsere Zanne. Oh mein Gott deswegen. Und ich glaub der Luca möchte jetzt hier rein. Was ist das? Äh. Nö. So. Dann nimm mal Platz der Werte her. Ja. 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 Was ist das denn? Guck mal wie viel da drin ist. Komm, wir zeigen das mal hier. Guck mal. Was da alles drin ist. Oh mein Gott. Gott. Warum winkst du denn da, wenn die Kamera da steht? Da oben ist eine. Und hier unten ist eine. Da. Ist auch eine. So. Eins. Zwei. Drei. Richtig. Hallo Leute. So. Dann machen wir die vorletzte Tüte auf. Ähm. Morgen ist die letzte Tüte. Heute machen wir die vorletzte auf. Oh. Oh. Die Tüte vor der letzten Tüte. Also die vorletzte Tüte. Da. Da. Du kleiner Grimassenschneider du. Hä? Nein. So. Komm hier. Oh. 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 Ich weiß schon was das ist. Ja. Ja. Okay. Pass auf. Wir stellen den Schlepper mal hier oben hin. Ja. Wir müssen da was abknüpfen. Ja. Ich verstehe. Ich går nicht rein. Oh jei. So jetzt lass mich mal gucken hier. Ob wir hier noch mal dran müssen irgendwo. Aber das sieht nicht so aus. So. Das heißt wir müssen jetzt abknüpfen. Warte lass mich eben da drücken. Heute brauchen wir da nichts zu holen. Nichts. Bist du denn fertig? Okay, pass auf. So rum, genau. Soll ich das lieber machen? Und ich bauen. Heute will ich mal bauen, Papa. Heute willst du bauen? Ja, ich will mal. Jetzt muss ich gucken. Das war ein Problem, oder? Nö. So, ja, das wird schwierig beim Bauen, Luca. Weil wir das jetzt hier aufstecken müssen. Also, wir haben jetzt hier die Motorhaube, das rechte Stück und das linke Stück. Und das noch. Genau. Und hier haben wir die Krummleiste. Und diese Krummleiste muss jetzt auf dem rechten Stück, hier sind so ganz kleine Pinüppel, draufgeklemmt werden. Und dann gehen die beiden wieder zusammen. So. Wem willst du denn da High Five geben? Leute! Den Zuschauern? Bam! Habe ich das High Five gegeben. 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 Ich bin Bugs Bunny. Du bist Bugs Bunny? Ja. Dann hätte Michael Jordan aber verloren. Warum? Darum. Ich bin Bugs Bunny. Erkuchen. So. Wo ist die andere Motorhaube? Da. Ey. Komm her. Wie schreckt denn? Wichtig. Wichtig, wichtig. Nein, und jetzt bitte nicht bewegen. Bitte nicht bewegen, aber nach. So, damit ist die Motorhaube zusammengebaut, ich zeige es euch jetzt mal hier, so sieht das gute Stück aus, so, jetzt lass uns mal eine Seite weiter blättern, ne, da nicht, da meinst du, so da, ich zeige es euch einmal hier, also es waren zwei Einzelstücke rechts und links, morgen gibt es dann tatsächlich das letzte Teil und da bauen wir dann, ich zeige es euch einmal hier, hier unten sind zwei Löcher, da bauen wir dann das Nummernschild dran und von innen würde ich sagen, genau, und von innen kommt dann hier noch der Grill dran, der Kühlergrill und das war's. Dann setzen wir das Ganze noch auf den Schlepper. Morgen. Morgen. Und dann war's das. Und Leute, denkt dran, heute ist der letzte Tag zum Kommentieren unserer Frage, die wie folgt lautet. lautet. Weißt du noch, wie die lautet? Wie lautet unsere Frage? Zeig mal. Ne, wir brauchen die noch. Zeig mal. Wir brauchen, wir haben eine Frage gestellt und zwar mit welchen Sitz machen wir da hin? Ich möchte zeigen. Gold, da, in die Kamera. Das war jetzt der ohne oder den mit Polsterung. Das ist die größte Frage. Schreibt's jetzt hier unter das Video und morgen seht ihr dann, zu welcher Entscheidung ihr gekommen seid. Das war's. Jetzt gibt's noch eine Kleinigkeit, da oben in der Ecke, über Lukas Kopf. Abonieren. Abonieren. Hälter du mich da durch den Alter. Abonieren, tütti das auf und machen. Abonieren, tütti das auf und machen. Da mal nach oben. Da 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 weiß ich was, wo wir sind. Genau, so sieht's aus. Auch wenn ich zwischendurch verschwinde, ich bin immer noch da. So meine Freunde, das war's. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Und Weihnachten? Schön. Das machen wir morgen. Nein. Das macht man nicht vorher. Doch. Nein. Doch. Nein, weil sonst muss man den Weihnachtsmann abbestellen. Warum? Weil wenn das Kindermann, die nicht lieb waren, oder die jetzt schon sagen, dann bringt das Unglück. Und dann stolpert der Weihnachtsmann und bricht sich den Fuß und dann kann er nicht weiterarbeiten. Und wer bringt denn dann den anderen Kindern ihre Weihnachtsgeschenke? Keine Ahnung. Siehste? Also? Sagen wir euch das erst morgen. Von daher. Bis dahin. Euer Kochen. Und Luther. Tschüss. Bis bald. Heia. Tschüss. fter功